bei konan excise kreis erstmal hier zwei streams innerhalb von zwei tagen noch nie gemacht so was mal gucken also wir haben ja jetzt hier unseren kroko dann haben wir hier unseren kämpfer was ich aber gerade nicht verstehe warum legt er immer seine waffe aus der hand sie müssen jetzt mal gucken vom stahl her stahl läuft soweit das läuft hoch schwefel haben wir ja genug ok gut so dann nehme ich mir hier das stahlfeuer so und kracht das hier rein und genau noch ein paar schöne stahl brauchen geschmiedet können noch mal wenn man so schnell die mit damit kommt dann haben wir nämlich noch mal schauen sondern ein bisschen eisen kriegen das schön alles stahl bauen werden können überlegen ob wir so eine gazelle schnappen so eine gazelle ist nur für für wenn du viele sachen sammeln gehst halt ganz gut aber ansonsten ist halt kein mögliches kampf tier logischerweise mal gespannt ob sie auch mit unserer achse relativ ja schön kommt in der relativ gut der mensch machen gegen diese drei nasen mobile live verweiter einen kanal direkt von einem telefon wenn ich jetzt wir auch ich jetzt eigentlich auch gar nicht so ein bisschen eisenstein so eisen für die welt sind ich halt auch so cool das hat auch bei bei okja so dass er viele ressourcen wieder aufeinander aufbau unterscheidung stahl zu kriegen oder ganz gut darin hier sagt da haben wir schon so mein getreu ist aufgestiegen ist das sehr schön ich habe sogar vor uns gerade noch ein bisschen leiser gemacht als gestern aber war mal eine musik auf 60 wenn er wieder die bongo kampf trommeln kommt so ein stopp du kannst ja mal ganz heißen die erst mal nehmen könnte eigentlich auch mal das sind strauße sind wir mal platt machen wir haben wir wieder ein bisschen tierfell ja verkrüppelt bla bla zack schnell die daumen gehen herrlich das läuft läuft wie ein länderspiel stufe sieben okay so haben wir noch eine hyena wir uns ja mal noch mit fix krallen sehr schön so einmal hätte ich gerne sein feld vielen dank so uns kann alles wie gesagt die schild die schleppen hier eigentlich gibt es kein eisen oder sieht nicht so aus gut ja was mir wieder zu den stein nase wo wir noch köln bisschen schön eisen kriegen eisen für die welt hier von den krieg ich hier irgendwas spezielles ich will den ersten mein gott was hab ich denn jetzt hier mit meinem alz kann ich das nicht formt die pflanze okay dann halt nie so zack naja ist viel zu langsam für mich junge so komm schon chill die läuft das ganz gut schön die teinte bis ich mache ein bisschen den damasch zack ich kann immer so fliegen das ist herrlich du bist eine stufe aufgestiegen das ist schön das ist wunderschön also jetzt will ich eigentlich den stein licht nämlich nie haben ich will nur das eisen haben du kristall aber ich krieg's ja schön zack zack hammer so das wildfleisch das sehen wir mal aufhören zum krieger so komm schild die ab nach hause eisen abgeben müssen wir uns eigentlich mal eigentlich müsste ich mir auch demnächst mal einen schönen platz raussuchen wo ich mir meine schöne dicke base baue am liebsten würde ich ja auch wohin gehen wo es halt schön grün ist aber ich glaube hier werden wir halt noch zu schwach sein hier in diesen hochlanden glaube ich sind das ja können da halt sagen hier vielleicht hier ist ein bisschen grün dass man mal dorthin reist hat die lehrte zu erkunden so ja ja du dich ein bisschen aufhören dann ist das in der wüste nicht warum genug ist siehst du ich halt eigentlich auch mal ein brunnen 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 schuhschnabel ist das viel echt schuhschnabel brunnen 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 hier brunnen ach so wird hergestellt in der werkbank eines handwerkers gut okay alles klar das ist ja so doof dass jetzt zwei viecher und den kerl aufhören man kann ja immer nur eine begleitung haben siehst du ich müsste dann zu meiner russchen base drei maren na gut egal da haben wir uns ja keine gedanken weil wenn dann brauchen wir erstmal einen schönen spot so elmo ist jetzt mal wieder im tier färsch alles klar jetzt hat er schon wieder seinen streitkolben abgelegt warum macht er das ist der doof soll das so behalten falls er ihn angreift so säuberung abends säuberung müssen wir ganz ganz viel zeit so eisen rein so schieferin eisen eisen zack ja überlastet bla bla ja so genau damit ihr schön eisen produziert jetzt bin ich am überlegen so das brauchen wir nicht das brauchen wir nicht das brauchen wir nicht das brauchen wir nicht die sichel brauchen wir nicht das brauchen wir nicht jetzt ist die frage die rüstung die hält dann ein bisschen stand es gab ja aber auch so reparatur zeug hier rüstungseinsparung kit kesselflickerwerkbank für waffen ist das sehr kloppig oder genau merkzeug verstärkung aussatz für einfaches waffenschaden ein beutelvoller unerfolge die zur erhöhung des schadens anwärts ok cool da ist mal so eine kesselflickerwerkbank holz und eisenbohren das scheitze reparatur zeug mit hab wenn ich bissl reiß weil wär bissl doof wenn die ausrüstung kaputt geht wenn ich unterwegs bin werbung günstig 6 du kannst eigentlich erste mal es geht zu spazieren bist du voll machst du das junge 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 ähm eisenbohren so kessel flickerwerkbank einmal herstellen bitte so das zu futtern nehme ich mit genau das kommt hier bei mal schönes steak futtern so hier zur seite legen ach bisschen anders hinsetzen falls du irgendeinen knacken im hintergrund hören solltest nein das ist nicht mein alter körper sondern mein stuhl ricky grüß dich schön dass du wieder da bist so ja nicht ach ja doch so zack so einfaches ne es gab doch es gab doch so reparatur zeug ich finde ich das denn wieder und leben ich weiß noch es gab irgend solche reparatursets halt für ach hier einfach das ist ja haben wir so künstler künstler operatoren stein und ihrer pflanzfasern und zwirn das ist ja wirklich günstig günstig billig billig so stein hier so stein noch mal ja genug die pflanzenfasern rezepten können fordern so dann machen wir mal 10 zwirn ja kroko beruhig dich beziehungsweise schnapp ja schnappi also ich werde nichts sagen aber so schlecht ist er jetzt die situation auch nicht dass du dich ja im stein verkriechen musst guck mal raus guck mal raus geht er so noch ein kannst du hier noch so steckt er sich im stein also ehrlich was soll denn das geht er gar nicht hier will ich hin so pflanzenfaser zwirn stein so dann mach ich davon was wäre ich mach schon was wäre achso wir brauchen Eisenmauer eine Verstärkung die die Haltbarkeit von Waffen und Rüstung erhält uuuuuh das Waffenschaden okay Öl geht das der Verringerung des Gewichts einer Waffe dient ähm bringen diese Sets was also sind die wirklich sinnvoll bringen die sag ich mal wirklich merklich mehr wie jetzt eben ähm schaden 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 macht also gut sicherlich jetzt mit diesem einfachen einfachen Waffenschaden schaden schaden sicherlich ne aber ich sag mal bei den äh stärkeren Sachen ob das ist es halt wirklich spürbar dass man sagt oh ja das weiß ich meinetwegen am Beispiel von der Axt die macht ja jetzt Gesundheitsschaden 33 ähm und mit dem Waffenschaden kit macht es meinetwegen 40 Schaden oder so ist halt sag ich mal von den Punkten her ja schon ne gute Steigerung so blä 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 so schön mit kommen auf geht's das Abenteuerland ich würde sagen wir gehen ja entspannt am Strand entlang oder man macht sich hier auf so einer Insel breit ja mal gucken irgendeinen schönen Spot zum Leben werden wir schon finden das hier ist ja wirklich nur so damit ich eine Örtlichkeit habe um ein bisschen voranzukommen oh ne oh ne oh ne wegen hier dem wie dein GroKo ist tot ne es ist so 10 Punkte glaube ich ok ja gut auch 10 Punkte sind ja jetzt ach ja das ist schon am Anfang aber wieso ist ein GroKo tot warum wieso weshalb mit wem hat sich dein GroKo angelegt war es wenigstens ein also war es halt ein krasser GroKo oder war das so ein normaler GroKo wie bei mir ja ja komm dran ja komm dran ja komm dran wegen nem Buck Das ist natürlich scheiße, das ist ärgerlich, wenn du Backtiere verlierst, das ist blöd. Was ist denn im Dorf? Das ist natürlich kacke, aber... Da haben wir sie mal an der Stelle gepackt und die haben es gekillt. Oh, das ist scheiße. Das ist natürlich durch ein Backti-Salt. Mächtiges Krokilein. Das ist natürlich scheiße. Das ist natürlich richtige Kacke. Aber gut, wäre es normal in den Mahlwege gestorben. Sagt sich gut, gehört zu spät dazu. Aber durch ein Backe ist es halt wirklich doof. Ja, das stimmt. Tja, da ist es aber. So. Weitermachen und sich vielleicht in... Ich habe noch vier Jaguare im Zuchtshaus. Die gezählt werden. Und ein Tiger. Mächtiges Vieh ist halt sein. Ja gut, dafür ist es ja dann auch mächtig. So, jetzt brauche ich schon mal Pflanzfaser. Ne, ich will keine Hallolblätter. Alter. Du bist doch hier wie im... Bergenpupu. So, Fackel. Oh, sehr was. Was ist das? Was ist das? Vier Stunden? Alter. Okay. Und ne Purge kommt auch. Uh, das ist... Uh, das ist natürlich... Ja, natürlich sehr, sehr ungünstig. Sehr, sehr ungünstig. Tja, klingt wohl so, dass ich da... Wo mal als Unterstützung mit auf den Zürer irgendwann mal kommen muss. Wo sind wir jetzt? Wir sind hier. Okay. So, Fackel pauschalzen. Ist jetzt wieder Tag. Das Gute ist hier, weil ein paar Gegner killen. Das ist ja Kroko. Stiftung 9, oh, okay. So, noch ein Kroko. Wah, wie storm ist. Er, er, erwischt. Erwischt! Mein Gott. So. mitkommen ich komme zu dir aber obwohl ich konnte weil das ist ja das ist ja einzel spieler wasch machen ich könnte koop einstellen jetzt weiß ich natürlich nicht ob das internet koop ist oder halt das gute alte koop spielen ansonsten ich weiß nicht hast du dass die sie hier eisen auf 7 da sonst kann man dort ja auch auf irgendeinem server was zusammen da drin weil das kenne ich nur sie als lachst du da kenne ich nur absolut null also zumindest die karte und so weit geht das ja das wäscher ich hab das mit dem koop noch nie probiert kann ich dann noch mal schauen gut er explodiert ok schild die war scheißegal das explodiert ist alles war verdammt spieler falsche richtung unterwegs ihr glaubt euch ihr macht das die kohle ja dann kuhle macht du mal kuhlen der feind nähert sich der feind ist schon da da habe ich spielte nur lieber excite lines stoppt aber schon mit ihr testen das klingt ja schon mal gut weil wenn man das hier ist sie hat wenn man das natürlich auch ausprobieren so bin ich jetzt hier immer noch bin ich denn hier eigentlich abgebogen dahin muss ich wieder komplett falsch halter schaue da muss das keine pflanzen gelb lotus blüte da könnte ich noch tränke mit machen gelb lotus sagen oja sagen ist gut da kann ich was anbauen so genau da rüber genau da rüber finde ich einfach schwimmen ein fach 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 schwimmen Ja hier könnt ihr jetzt einen Server machen, die Spieleanzeige stellen und dann weiter. Da einen Server-Sort, aber ok, drückt anschließend auf den Host-Button. Jetzt muss ich den Server erst einmal einen Charakter stellen und dann könnt ihr das noch nicht dazu schauen. Copy-Paste, dann wärst du freund, ja. Drückt anschließend auf den Host-Button. Achso, also muss einer bei sich sozusagen den Server hosten. Ja gut, also das hältst du eigentlich beim nächsten Mal, wenn ich das hier zocke. Ich darf Coop gehen, Server-Passwort. Ok, können wir ja beim nächsten Mal mal ausprobieren. Oder wie gesagt bei, bei, heilte Kaschen, ähm, I-Selof-Syp da zum Beispiel, dass man da sich einen coolen Server sucht. ist ja dann glaube ich nicht so dass wenn dein Charakter auf den SS-Kammer naja gut wie gesagt ich kann ja eh das mal jetzt bei dem Einzelspieler ich dachte jetzt hat man hier Einzelspieler gut abgehe ähm kann man da ja kann ich ja immer wieder auswählen Inhalt hauptsächlich ist Weekend Online ja gut bei mir ist gleich also gut in der Woche auch ab und zu mal je nachdem wie Lustzeit ist und wegen Arbeit ok ich bin auf dem Schulweg Schildi du bist da ok das sind andere Höhen ok wir sehen zwar anders aus aber wir sind jetzt eigentlich gleich stark so wir sind Leimgrün mal gucken wie das hier so aussieht ja eins aus und was hab ich getan das beste was ich fand ist 4 Stunden verteilen und 8-10 Eisen pro Schlag ok ok so ich habe schon mal schöne grünen Wiesen und es regnet teise T-Shirt oben ist ja so ein bisschen gerade Plattform könnte man es ja hier oben hin hocken ne man das schön oh ja hier ist schön schönes Plateau hier ok hier ist ein Zugang könnte man ja könnte man ja könnte man ja hier oben vielleicht noch sieht eigentlich gar nicht so doof aus durch durch ok das wäre es ein bisschen abfällig ja ne gegen wovon so eine Kämpfe ist eigentlich oh kann ich schon ins Schneegebiet gucken cool ich glaube ich war doch da unten an dem Plateau mein Gebiet kannst du ja wo ich so hin ja alles alles zu seiner Zeit ich glaube ich jetzt erstmal Schildi du ist hier geparkt ich brauche dich mal hier so das können wir aber anfangen mit bauen brauche ich aber natürlich Stein dazu so hier ist ein Stein 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 also sprich so wochenmäßig eh gut ich kann dich auch eigentlich dann äh Discord anschreiben aber wochenmäßig ist bei dir so was das Zocken angeht so absolut ne ähm ähm zeitlich einrichtbar oder würde das schon gehen ab und zu so jetzt hab ich nicht so viel Holz Schildi ich hoffe du machst das ein bisschen Holz so zack so dann haben wir jetzt ein bisschen Holz und hier noch schönes Sandstein Fundament ein paar und das ist ja jetzt so äh äh ja gut kann man ja auch theoretisch auch zu dritt zocken gerne abwechseln also 6 in Zocken abwechseln du bist du das auch nicht dass man da zu dritt dattelt oder so sag mal so umso mehr umso mehr umso mehr Spaß macht es ja gut jetzt vielleicht auch nicht gerade wieder der beste Satzbau aber egal so das ist ja so ein Zugang da könnt ihr ja dort unten eigentlich ein Tor machen was mich bloß gerade wieder nervt ist dass das hier so in den Boden reingeht weil ich kenne natürlich auch das war das war ja da spüren wir ne erhöhte Hütte ja das fehlt mir jetzt wieder steigen stimmt genau ach Farmen ist dein liebster Freund hat auch können aber er will lieber ein bisschen Herausforderung weniger Loot länger zocken ja gut ich sag mal gegen Herausforderung habe ich jetzt auch nichts aber ich baue das jetzt so ich baue das jetzt so ich baue mich halt nur hoch aus ja gegen eine Herausforderung habe ich jetzt auch nichts aber aber man muss es auch nicht zu doll übertreiben es soll ja dann auch nicht der der Spaß verloren gehen jetzt ist ja jetzt weh hier ist eigentlich hoch naja egal was kostet die Welt was kostet die Welt na oh nee so bestimmt komm schon komm schon so vier breit weil ich will halt eigentlich so das ganze Stellungsklumpen in Hinderbude haben hier oben könnte man ja so zwei Türme noch bauen wie gesagt stecken wir heute wird mehr ein bisserl ein bisserl baustream ich hoffe das ist jetzt nicht zu schlimm so steine 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 ganz viele schöne Steine ach belastet so ahumbug komm schon schleich schneller coco ketchup power ranger coco ketchup power ranger so ne 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 jetzt muss ich gerade überlegen hab ich was gefragt ach ach ich will ich jetzt mal in meinem Stream da wieder umentern das da zickste Latenz ne 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 jetzt muss ich gerade überlegen hab ich irgendwas gefragt verdammt ne ne je was ne 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 was habe ich gefragt ach ja ob das stört ob das DAS sistle ein bisserl mehr bauen im stream ist dass hab ich noch gefragt oder gesagt ne gefragt eher gesagt jetzt ja ich will das sei wohl kommt gehen ja noch also käse ja ach so also es ist nie okay das baustream ist also die doch ja es ist okay okay so so bisher eigentlich ganz gut quadratisch ein stück in der welt hat man noch nicht genug stabilität so haben wir 1 2 3 4 5 6 das ist gut da kann ich zwei in der mitte machen so 3 und die vier und ich auch direkt hier hoch eigentlich ist man wirklich noch ja gut oder ich kann ja ich kann auch können in die höhe bauen sky is the limit und so sky is the limit das brauche ich noch 1 2 3 4 5 halt stopp so zack 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 doch noch eine reihe hinter ich mache doch noch mal aus in der reihe Komm schon! Verdammt! Stein. Stein. Schilly, kannst du noch mal was machen, ein bisschen Stein sammeln oder so. Ehrlich. Wer weiß, ein Baum. Ich halt noch mal Dings herstellen. Komm. So. Gut, hab ich zu fünf Steinen jetzt weniger pro Schlag. Gibt Schlimmeres. Ist ja eigentlich offen mit Regnen. Es scheint die Sonne. Also wenn ich hier so rausgucke, scheint es so ein bisschen. Es ist so bewegt mit etwas Sonne. Wenn ich hier so außen bei Gongfenster gucke. So. Zack. So. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Und ich denke noch. Zack. So. Ja. Ja. So. 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 Was gibt's hier so? Bauern. Triebocke. Sturmglas. Alles klar. Schlammer. Sammler. Zorn. Stützen. Oh, Parisan. Okay. Parisan. Aufzüge. Krass. der torwächter gibt es bei deko was was ich ja gut, paar Sachen gibt es doch schon Zelte Holzregal ich suche eigentlich, aber es gibt es anscheinend nicht Ziegeltür ne, das ist alles nicht so das, was ich suche na gut, dann das sieht halt schon Treppenbau, bla bla das mal noch so 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 ich weiß ja gut ich brauche jetzt nicht Überlebenszeit sind es erstmal unnächtig Stützen so einfach Balken hmmm ich komme jetzt hier hoch Nein, ich muss es noch um ne Reihe erweitern ich muss es noch um ne Reihe erweitern Solites Holz, Eisenverstärkung ok Bauobjekte ich brauche eigentlich ich brauche mal nach hinten, ich glaube ein 6er so so ich werde dann wieder da ja mach ich wieder ein bisschen mehr Stein sicherlich eh das Stein und Holz, Stein und Holz so so gut 400 oh da ist ja auch ein Elmer und ich nehme mal den Baum hier oben holzi holzi holz ok 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 wo wo wolltest du hinren aus korne ist unschuldig zu gucken mein Freund schatz genau gesehen vor ich finde es sich ganz schön zack 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 genau kann man das nämlich ich tue das erste mal normal mit dem sandstein zu bisschen vorkleiden sondern mit dem anderen zeug hier mit nulz zeug und sowas kommen ja dann später verbessern genau damit ich hier nämlich es sein stein rahmen mit nämlich insgesamt nämlich erstmal zähne hier einzeln hier so wie zum gucken sag sag das angeht spielen muss übelst das symmetrie tübeln muss alles immer so übelst symmetrisch sein was jetzt übelst symmetrisch aber halt so das schon relativ gleich ist verdammt jetzt habe ich eins über so mache ich den rest mit wenden kann nur drei herstellen stein groß habe aus der seite ist da so stein 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 machen heute ein bisserl auf bob der barmeister ja herrs muss halt ja auch ordentlich aussehen soll er aus dem wie hingekackt und hingeschissen so soll er noch was aussehen ja ein schlack jetzt war immer noch jetzt so sandsteiner rampe 20 so zack zack so bei 1 reicht da eigentlich wollen wir hohe dicken wollen wir keine ach komm hier sky is the limit das passt schon zack zack und ich wollte eigentlich mal schauen mal gucken ist ein ordentliches was schickes er bett was hier hat hallo herrkatz natürlich schlage ich daneben das das genauer vorgeschlagen und ein bisschen zu werden Zwirn und ein wenig Holz. Ich glaube, es reicht. So, jetzt ist die Frage, tun wir es erst mal herstellen. Mal die Maden fördern. Welche Ecke tue ich das Bett? Hätte er ja jetzt gesagt, ja. Wie, nicht mal mit Decker und Kissen? Ja, gut. So, dann. Wo ist ein paar Objekte? Gichte, was? Oh, jetzt. Wo? Was schifft denn das hier eigentlich die ganze Zeit? Kann ja wohl nicht wahr sein. So ein Wetter habe ich hier an dem Urlaub nicht gebucht. Im Urlaub in den Exide Lands. Natürlich beim Reisebüro beschweren. Dass es nicht so weitergehen kann hier. Ich hätte meine Zichel mitnehmen sollen. Ach, naja. Ekel. So, na komm. Okay, das habe ich alles. Na komm. So. Pflanzenfaser. Sehr. Hol dir doch, Mensch, das. Okay. Ach ja, ich muss erst mal noch. Zwerge herstellen. Das hier, ach so, schräg da. Und einmal eine Gichte. So. Immer schön dran denken, Leute. Ordentlich trinken. Trinken ist wichtig. So, da drüben die Kiste. Da können wir uns sogar mal eine zweite daneben machen. Sack. Nicht genug Ressourcen. Stimmt, Holz. Ja, wird klar. Ist ob man für so eine Minikiste 85 Holz braucht. Aber, wenn macht Scholz, das sind zwei Bäume oder so. Absolute Frechheit. Siehst du, so viel hat gar nicht gefällt. Alter. Ist wirklich sieben Tage Regenwetter. Absolute Frechheit. So. Zack. Okay, dann würde ich nämlich... Äh, ich brauche erst mal wieder Stein. Stein. Brauche ich nämlich einmal sowas. Ich glaube, jetzt sehe ich von denen. So. Zack. 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 Also, was schon mal. Äh, da, Außenseiter. Ne. So. Genau. Genau. So, genau. Wollen wir hier unser kleines, gemütliches Schlafzimmer erst mal. Gut, wir haben noch kein Dach, aber... Dach. Auch schon Dach. Hauptsache warm und mummig ist es. Nichts. So. Okay. Wie geht das? D, 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 D. Was auch Striegel? Oh Gott. so dieses großen fluss sehr das eigentlich doch geil wenn es gute gäbe muss ja kein riesen schiff sein aber so weiß ich so drei vier fünf mann bot halt so ein bisschen mit kleinen segel und sowas das hätte schon was diesen großen fluss schweig gut der fluss naja doch der macht schon viel von der map aus wo wir hier hoch mit dem bildschirm halt so eigentlich das ist nur so dass ich zwei drei verschiedene arten von boden hätte ich schon noch schon noch geil so jetzt muss ich sammeln ja stein pickel kaputt manche nahe auf insta die sind echt herrlich extra knusprig podcast zum beispiel auch ein cooler name den stein hauen so sag ein bisschen steins kann man fix in die kiste um einbauen und da können wir uns vorstellen und machen wir hier noch so ein schönes dickes tor hin elmo geht zum angriff über schild die werde ich da ist er blutet kosher schildi epische kampf elmo gegen schildi und elmo hat ihn eiskalt äh elmo schildi hat ihn eiskalt zermatscht oh jetzt bin ich wieder belastet hä lol voll der trick so hier tue schon mal ressourcen rein so so und das so und hier verbrauchsgebestände hallo wer extrakt hab ich genug daheim ja mal hier oben gucken guck mal was hier oben so gibt beziehungsweise in schillanke was mich hier erwartet ach der trick so was ich nicht dachte ich dachte erst was fliegt denn da über dem sein sein nischel da war so immer wieder richtung die wüste ok Aha, aha. Alles hier hergefegt hier. Ah, da ist eine Steinnase. Diese Schlucht, also ich habe gerade so ein bisschen König der Löwen-Vibes. Das könnte so hier die Schlucht sein, wo dann hier diese, das waren das Jackhorte, was da aufgescheucht wird oder hier Mufasa runterstürzt. Können wir mal ein bisschen so denken. Bloß da sind keine Herde von Jacks oder was das war, hier anrennt, sondern was ich so eine Herde von Steinnasen. Ja gut, so, gehen wir hier hoch. Da ist eine Flagge. Heest, Dorf, theoretisch. Hier ist das große Dom. Da ist, das ist kein Album. Ist das ein weiblicher Album? Ja. Was sind andere Garzellen? Ha, ha, ha. Interessant, interessant. Da ist ein Törfel, aber auspassen. Was ist das? Das ist ein riesen Dach. Okay, hier scheint es einige Camps zu geben. Na komm. Einfach klettern. So. 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 Ah, es ist gerade ein Schluchting. Oh, da gibt es einen Übergang. Das ist gut. Nices Level-Design. Nices Level-Design. Okay, jetzt einige Steine ab. So. Oh Gott. Ich bin auch sehr auf die Linke Maus der See. Komm ey. Ich habe mich da gerade schon unten gesehen. Bist du böse? Was ist denn im Markenfeuer? Okay, du bist böse. Aua! Ich doch erwischt. Da hat er einen größeren Reischweide mit seinem Speer. Uh, der hat Eisen. Was das? Nashornhaut. Oh. Ne. Ne. Ne, küsst du? Ne. Ne, küsst du? Kötzt so ne Musik! Oh, was zur Hölle? Nö, fuck this shit, I'm out. Was sind das denn für Viecher? Also sie sehen interessant aus, aber ne, fliegende Viecher ist, äh, äh, äh. Voll krass aus, ey. Jetzt würde ich sie auch noch so tustern. Hier sind bloß solche Steiners. Der Mond, au, hu, hu. Sind das eigentlich grad so von der Actionmusik? Ich bin da. Hier komm ich drauf. Zack. Easy. Ist das so ein komisches Vieh? Was ist das? Ist das ne riesen Killer? Libelle oder was? Zumindest seh ich mir ganz schön krass aus. Oh, kurz rum, bis es hell wird. Wenn wir mal sehen, was hier unten so, so laut. Ich kenne das schon mal probieren, gegen so ein Vieh zu kämpfen. Geh mal ne Runde laufen. Jo. Mach das. Viel Spaß. Mir gut ist er. Zumindest bei mir ist er eigentlich ganz gutes Wetter dafür. Aber auf alle Fälle viel Spaß. Was bist du? Siehst eklig aus. Weißt du bisschen was aus? Alles okay. Ha. Ausgewichen. Ui. Nicht zu viel wollen? Okay. Wir haben nicht gekillt, was aber wo du bist. Chitin. Okay, da du Chitin gibst, bist du irgendein Insekt. Wie gut, so sah es da auch aus. So. Wo ist es bestimmt nicht erwartet? Wir haben eine Zelle. Hä? Das ist ja komische Statue. Ah. Bist du? Gott sei Dank. Okay. So. Da ist eine Steinnase. Ja komm. Hast du gar nicht mehr probieren. Dann schaffst du eh nicht. Aloe Blätter. Aloe. Jetzt wird er immer noch hinterher. Du kriegst mein Knack Popone. Okay. Kannst du knicken? Wie hat er gerade eben noch geschrien? Aber wer? Ach hier. Trockenfälle. Ich hör hier rein. Da oben ist er. Gewunder, boy. Alter Steinnase, du gehst mir auch nen Keks. Ich renne jetzt hier runter. Okay. Das ist ein Gegner. Ich schleiche nicht hier runter. Ich bin hier ganz schön tief. Das ist schon wieder jemanden. Ach sind da oben. Ah. 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 Höchst interessant hier. Wo komme ich hier hin? Ah. Ein Jaguar. Geil. Was was ist das denn für ein Konstrukt? Okay, siehst du, ich muss jetzt irgendwie wieder nach Hause kommen. Und das ist ein ganz schön weiter Weg. Aber ich hab Zeit. Spannend hinhocken. Ist eigentlich noch cool, wir haben aber wirklich so eine kleine Minimap. Allergut, das sind halt so ganz kleine Sachen, wenn man vielleicht noch implementieren könnte. Aber ich sag, es ist eigentlich so, wenn ich da drunter ranne. Wir machen. Zack, aus Leben genommen. Stopp. Pflanzfaser nehm ich mal mit. Habt ihr das gesehen? Das war der hier. He? Triple A Action Film. Weißer Tiger. Krass. Du siehst mich nicht. Ja, ich bin in eure Richtung unterwegs. Ist schon mal viel wert. So. Dann theoretisch. Genau, hier lang jetzt immer schön ein Flussbett entlang. ganz entspannt. Ganz entspannt. Ganz entspannt auf Ehrenbasis oder so. Ach ja. Cool, da haben wir ein Jaguar-Junges. Mal gucken. Zack. Bin wir hier drum herum geschwommen. Ach, ich brauche echt ein Reit hier. Also, da gibt es ja nur Pferd oder Nashorn. Verschwinde. Ich hab für dich keine Kekse. Keine Arme, keine Kekse. So einfach ist das. Einfaches Gesetz. Du rennst mir nur hinterher. Entschuldigung, ne Frechheit. Genau, bin von hier gekommen. So, ich hoffe, Schildi überlebt aber. Ach, siehste, ich kann ja. Stufe 49 bin ich schon. Getreu. Bewacht, bewacht, bewacht. Getreu-Morke-Anzeigen. Ah, da kann man die auf der MET anzeigen lassen bestimmt. Ist natürlich cool. Star-Bonus durch Mut. Siehe für Ausdauer-Generation. Nahkampf. Nahkampf-Schaden. Gesamt. Schadensenkung. Gesamt. 22%. Okay. Bildungsgeschwindigkeit. 100%. Biografie. Achso, Biografie hinzufügen. Da kann man eine Geschichte dann schreiben. Ist doch cool. Oh, hier liegt Eisen. Ich kann aber nicht noch so viel mitnehmen. Ganz schön viel Eisen. Eisen. Stein. Nein. Gut. So, genau. Mal da rüber. Schreck rüber geschwommen einfach. Und dann läuft das. Zack, zack, zaaaack. Hier, da prügeln sie sich schon mit dem Krugel. Alter, wie ist ich mit dem Krugel die prügeln hier. Zu dritt. Auf einen armen Krugel. Das sind ganz schön brutale Schildies. Geht ja gar nicht. Okay. Na, Forest, lauf. Ach ja. Es ist ja noch so ein schönes Boot. Okay, da muss ich eh rüber. Kann ich das auch schwimmen? Zack, eh mal rüber. Äh, bitte immer auftauchen. So. Dede. Komm schon. Einfach schwimmen. Einfach schwimmen. übergesprungen ist das ein schlitter viertel drei ich habe doch vorhin erst mittag gegessen kann doch von drei seien absolut oberste frechheit werfen eingehen dabei habe sechs stunden geschlagen so hier bin ich das schon nicht mal darüber über die 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 Oh Gott. Entschuldigung. Müdi. So. Da haben wir es bald geschafft. Das sind wir gleich zuhause angekommen. Die Darm auch läuft. Oh ne. Nicht zu nass werden. Ich bin zwar schon übelstviel geschraubt, aber ich darf nicht zu nass werden. Ne, ne, das geht nicht. Es wäre einfach zu skandalös. Ich bin ganz froh, dass auch heute die inneren Verbindung echt gut läuft. Muss man mal so sagen. Gehen aus. Ja, ist okay. So. So. Geschmackhaftes Fleisch hier rein. Das noch. So. Tiger, Junge. Das wirst du. Wie ist das? Wie ist das? Nämt die. Also fressen die. Die. Immer die bestmögliche Nahrung, halt. Ich glaube, ist das. Schönste Nahrung futtern. Die. Diese Wester. 47 Rüstung hat die. Das ist mehr als meins. Einiges mehr. Ah, das ist ein paar Tours, das ist ein bisschen... Hallo? Hallo? Ach so... So... Ah, Stufe des Reparatur-Kids zu niedrig... Ach Gott, auch noch! Belastung... 140 Kilo kann ich schleppen... Machen wir noch bei Vitalität... Voll... Zack... Diese Vitalität klingt halt auch nicht doof, ne? Und Stehvermögen klingt aber halt auch nicht so doof... Auf allen wegen Eisenmuskeln, du hast eine natürliche Resistenz gegen Schaden... Zeit, glaube ich, auch noch mal ganz gut... Lass doch mal hier... Talente gucken... Fackelträger... Mann... So... So... Affa... Zaz... Alter... Zaz... Was macht der? Sag mir grad grad gar nichts... Böbe Macher... Böbe Macher... Machen wir jetzt eigentlich... Schnee... Überleben... Und Verbänder... Trankmacher... Konzentriertes Aloe... aloe extrakt oh lol es gibt eine kombination pinker flüssigkeitspresse kann bier herstellen ich gehe kaputt ist das geil so das brauchen wir natürlich noch das brauchen wir noch großer Brüllen tun wir auch nicht so doof größeres Rad ach so Stufe 50 muss ich da sein gut okay so Waffen Ui der sieht auch aus als könnte ich da rein kloppen so Rüstung Nordheimer Rüstung Rüstungsmachermeister Sattlok Gisela dekorative Kriegspilmalu wo kann sich bestimmt auch nochmal verpässe Sonnen Religion boah der Fleischklopfer geil ok das war's Stufe 50 wie viel brauche ich denn ob ich Stufe 50 bin nicht mehr viel ich bin jetzt halt am überlegen gut ich muss jetzt noch warten bis mein Jaguar fertig ist der hat schwer seinen Streitköln abgelegt der Arke ja ein bisschen braucht er noch als sagt man tut schon mal ein bisschen Umzug rüber verschiffen selber ein Stück bis dorthin hinzuweisen hinzuweisen alles mitzunehmen schon überlastet jetzt nehme ich schon los ich kenne ja mit meinem Kroko eigentlich mit meinem Kroko eigentlich könnte ich ein bisschen trainieren mit meinem Kroko doch ganz schön viel HP ist das Gefühl So, das kannst du sagen, das Knochen und das schmackhaft Fleisch. Jetzt gehst du mal Stufe 1, hier noch eine Garzelle, zack, wieder eben die Hiebdolz, so, nächste Garzelle, wiederkriegt 200 HP, wieder mehr, so gut, so gut, so viel, so ordentlich, Soja Steinnasen, das hat immer ungenast. Oh, ihr habt mich gekitzelt. So. Na komm. So, mein G3 ist aufgestiegen, das ist sehr gut. Ich bin in der Ohnestufe aufgestiegen. Oh, da bin ich zu Level 50, nice. Nice. Knochen pulle. Gut, da kann ich auch jetzt. Talente. hier war ja eigentlich nicht mehr groß ne ist alles mehr DTC Zeug du mal Fackelfreischalm Kamin ist natürlich auch schick Wandlaterne Echsenfeuer Rasierrinde Gehärtete Stahlwerkzeuge Das sieht auch krass aus Kriegs Axt Ok Stufe 60 Rüstung Religion Dekoskelett Festmahl für Jok Jokitenkeule Sprengsätze Alter was Krass Randmacher Ne hier wollte ich 51 50 Ok Und noch eine Futschpunkte habe ich noch, aber ich kann dann noch, ich glaube Level Cap Feuer Level 60 Kann ja noch ein bisschen Level Stein Gibt es ja auch nie Das sind ein paar WN, die wir inne auf der Kusche haben wollen Was Stand die im Weg für meine Ausweichrolle Treue ist aufgestiegen, sehr gut Sehr, sehr gut Komm schon, GroKo GroKo Du bist so langsam, GroKo Oh, hier gibt's Ohr ist Haua Ja Treue ist aufgestiegen, ne Ist gut Immer schön aussteigen Schön ein paar Level Ist aber nicht so flink Der Boy Bist du für ein Vieh Ja Bist du für ein Vieh Gehen wir ist ohne Großes aus Das Brummtier Das ist komisch Federn Aua Ich gehack das blöde Vieh Schön weggemacht, GroKo Hier eine Stufe aufgestiegen, sehr schön Du kriegst natürlich das ganz Fleisch Fehlern Das kann ich Ah, stimmt, kann ich Pfeile mit dem Dingern machen Fehlern So, hier oben haben wir auch wieder ein Elmo So Du bist noch fix geküllt Das sag ich ja Das sind geschlachten Noch ein paar Level Was ist da für ein Roter Dunst? Oh, hier gibt's Cola Was ist das? Was ist das? Kurko, du bist eindeutig zu langsam Was ist das für ein Roter Dunst? Was ist das für ein Roter Dunst? Zack Da Du mal ankommst Schnappi Schnappi hat den aber auch fast one hit gemacht Was ist das? Was ist das? Was ist das denn für komische Hunde? Was ist das denn für komische Hunde? Das bewegen sich wie jeden aber Sieht komisch aus Untot Demot Blut Verdorbenes Fleisch kriege ich sogar auch von denen Untote Hyäner Nicht genug Platz Die Blut was sagen, die mal ich mal Die Knorren Ach, alles sehen, den brauch ich jetzt aber nicht unbedingt Die Blut Die Blut Die Blut Das die Blut Das Schlundloch Das Schlundloch Oh, wo soll man meine Waffe ausrüsten? Okay Oh, was ist denn das von viel da drunten? Oh, da ist aber eine Kiste Da ist ein Skelett Kann das sein? Die Frage ist aber, wie komme ich runter? Oder? Verderbnis nimmt zu? Was? Nie, Verderbnis What? Verderbnis? Was macht das? Was macht das? Macht mich das böse? Okay Da habe ich immer noch, wie ich dort runter komme. Eine Leistung mit Verderbnis näher. Komm Krogo, mach den weg. Komm schon, aufgestiegen, sehr gut, sehr schön, okay, Verderbnis lässt mich diese Verderbnis dann böse werden, oder besessen, oder? Wie läuft das hier am Haulenland? Gut, ich kann erst mal, na gut, das ist eine Stufe 10. Ist eigentlich erst mal ganz okay. Das ist am Haulenland, das können wir vielleicht, oder? Ach ne, ich lasse mal wieder. Hör doch, euerchen Mann. Schnabbi, du bist mir eindeutig zu langsam. Das kann so nicht weitergehen. Das sind ein paar Menschen. Ne, ist auch noch ein Bogenschützer. Ah, ausgewichen. Lappen. 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 Jock nehme ich. Gut, klingt jetzt auch ein bisschen anders, aber okay. Wenn Jock dich nehmen soll, du, dann soll er machen. Ich werd mich da nicht einmischen, ob Jock dich nehmen soll, oder nicht. Das ist dann euer Bier. Okay, das war der falsche Abgang, aber egal. Der passt schon. Komm, Schnabbi, komm. Immer weiter. Da. So, ja, nennens. Komm, scherbe so. Qua. Sommel rüpfen. Mal schauen, ey. Nur Starlings. Okay. Ja, stimmt. Da ist er, der große Boom. Ah, von hier komm ich. Okay. Alles klar. Alles klar. So, Koko, hast du fein gemacht. Oh, hi. Oh, hi. Oh, hi. Oh, hi. Oh, hi. Ich mach' mal ganz fix aufs Toi Toi gehen, bin gleich wieder da. Oh, hi. Auf. Oh, hi. Oh, hi. Oh, hi. Sooo! Oh Nimm doch mal deinen Knüppel in die Hand, Junge. Ehrlich. So, das ist natürlich zur Hunde schwer, wow, da kann ich so viel tragen. Ich muss echt zu mir rübernehmen, bevor ich das rausschmeißen kann. Das ist echt blöd. Zack. So, dann schleppt der das ganze Zeug. So, es ist immer dunkel. Kein Sprungangriff. Das ist ja doof. Kein Sprungangriff. Ja, ich wollte schon hin. Kein Sprungangriff. Kann ich. Echt, die Assasinmaske. Das ist schon. Sehe ich schon nice aus. Kann man nicht sagen. Ach komm schon, Herr Jaguar. Der ist ja, glaube ich. Ich brauche da verdammtes Fleischkorn. So viel, oder? Oh my God. Knochen drüber. Knochen drüber. Knochen drüber. Es ist gut, dass sie kein Gewichtslimit haben. Die Tiere. Ich kann noch ein bisschen was auf Belastungsskillen. 140. Das Stellvermögen ist auch wichtig. 175, ok, 35 gestiegen. Ne, nicht schlecht. So. Komm schon. Wie lange durftest du eigentlich gar nicht mehr dauern. Ein Haufen Scheiß. Ja, das ist halt ein Haufen Scheiße. Komm schon. Jaguar. Jaguar wird fertig. Zack. Immer zu dem Tümpel. Döppelbümpel. 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 Sieh. die mit eisen vollgepackt einiges an eisen kriegen immer noch was das eigentlich schon komisches insektenfieber ja komm, brauchts doch nicht mehr lange komm schon lieber kleiner jagua ich warte jetzt so lange im gett jetzt wird es doch mal dunkel krass aus schmackhaftes fleisch ah der frisst zum beispiel kein menschenfleisch schnappi aber das gut da kann ich den eigentlich nochmal mit sachen vollpacken jetzt machen wir gleich nochmal mit jetzt wieder so das eisen und das stahl ja ach ja ja ich bin überlastet 188 er ruft sich so das ist die falle das sind blödsinn, es braucht Schnee zu legen noch nicht mehr ach so geht das auch ach komm schon das ist nämlich nur das ganze Schwefel stein stein ist denn ja noch so schwer da zerlegen ok ist nicht mehr zerlegen ist auch nicht mehr drin zerlegen das ist immer definitiv noch mit das das ist gut gut und wieder vitalität um nicht doch vitalität um eins das und stehvermögen ok knüpfe die nehme ich mit die sind glaube ich wichtig Berndurchsaum ansonsten ja das so nehme ich definitiv noch mit ach ja ich habe einen Haufen Schleimsuppe ne da hat auch noch einen Platz ja 10 Kilo ist genug Platz im Inventar ach so ach so da schmeißen wir die Tierhaut raus hä ich kann noch ein Packen Schleimsuppe ich kann noch ein Packen mit ja ja der Rest was ist ich ich nehme jetzt erstmal meinen Jaguar fordern hast du erstmal genug hast du noch ein bisschen Wildfleisch so ne reisen wir mal zu unserer meinen Heimat ich glaube der Jaguar ist auch relativ fix bestimmt ne ja ja zumindest definitiv schneller als der Kroko mal gucken wie gut einhaut der Jaguar ist eigentlich cool wenn man auf dem Ohr hätten könnte aber ja man kann ja auch nicht alles haben da ist in Höhen Babys ich kann keinst mitnehmen verdammt ich kann auch wenn ich kille fürs Level ja wieder gleich angejumped kommt großer Angriff der haut rein der immer mit seiner Pranke zuhaut da wächst kein Gras mehr ja so das wird jetzt wieder so eine ewige Reise auch hier auch hier der Jaguar regelt und zwar ziemlich gut oh ja ziemlich ziemlich gut ich kann mal jetzt schade finde dass man ne hä ach hier werte stärkere Hütlichkeit ich bin wieder da he he das ist schön ich werde jetzt so gerne ins Mikro schreit ich bin wieder da he he nein das wäre nicht so gut da würde ich wahrscheinlich vor Schreck erstmal mein Headset in die Ecke hauen he he ich bin wieder da ich bin wieder da he he ach ach ja so ja wie du siehst ich habe mir ein Jaguar Baby gesnackt und bin jetzt auf dem Weg so langsam umzuziehen komm schon Jaguar Regels da komm schon Jaguar Regels da oh oh nicht gut nicht gut nicht gut Mutti ich brauche nur noch Schlupf ich habe schon X-Bisschen Zuflucht ich habe schon X-Bisschen Zuflucht ich habe schon X-Bisschen Zuflucht schon bis zum Beispiel der Sandsturm vorbei ist ey Sandsturm ja ach ne wirklich spiel das überrascht mich ja gerade komplett Das freut mich sehr zu lesen, dass du mich so sehr feierst. Dann macht das Stream erst recht mal mehr Bock, wenn man Leute im Chat hat, die einen feiern oder halt cool finden, sympathisch finden, halt eh nicht, ich meine gut, sonst würde man sich das ja logischerweise nicht angucken, normalerweise. Aber wie gesagt, freut mich immer sehr zu lesen, weil das, sag ich mal, motiviert den ja auch immer irgendwo halt weiterzumachen oder das halt öfters zu machen oder eben wiederzumachen. Weil jetzt letzter Zeit oder jetzt vor gestern der letzte, den letzten Stream, den ich ja gemacht hatte, war Ende Mai. Also sprich, ja, naja, kann ich schon fast sagen, deutsch sein schwer, ja. Deutsch, dünn, mathe, dick würde mein Vater jetzt sagen. Was wollte ich sagen? Achja, dass ich jetzt so in knapp anderthalb Monaten nicht so dazugekommen bin, weil ich habe mir zwar vorgenommen, auch in der Woche vielleicht mal Streams zu machen, aber da habe ich da meistens wegen Arbeit halt nie so, ja, nie so Lust gehabt. Dann hatte ich zwar zwei Wochen Urlaub, aber da war dann mit anderen Sachen, war ich dann halt ziemlich beschäftigt. Die halt auch sehr wichtig waren, oder zumindest mir halt sehr wichtig waren. Ich habe auch gemerkt, wo ich da einen Urlaub hatte, weil den letzten Urlaub, den ich hatte, war eben im Februar eine Woche. Man hat halt schon gemerkt, so durch diese Corona-Monate und sowas, habe ich den Urlaub echt gebracht. So, zapschweinig ist auch so die ersten drei Tage gemerkt, wie müde ich eigentlich war, wie viel ich da echt geschlafen habe. Das war da, das war der Fazil, ey, so übelst krass. Dann hat man halt wirklich gemerkt, wie, auch wenn man erstmal sich so nie so wirklich gefühlt hat, auch wie ausgelaugt man doch wirklich irgendwo war. Obwohl man ja, naja, durch Corona nicht so viel gemacht hat, beziehungsweise auch nicht machen konnte. Und trotzdem irgendwo schon ziemlich kaputt war. Klingt zwar irgendwo ein bisschen komisch, aber... Was rennt ihr mir hier alle hinterher? Habt ihr Fieber oder was? Hallo? Tut da gerade so eine solche, so ein Superstar? Alter Schwede! Ich bin jetzt froh, dass wir eigentlich wieder so Normalität hier haben, da gerade aktuell die Inzidenzzahl wirklich sehr niedrig ist. Ich glaube hier bei uns im Landkreis, glaube ich, bei sieben oder sechs und allgemein in Deutschland bei drei. Ich denke mal, bei euch in der Schweiz wird es ja nie anders so aussehen. Hoffe ich zumindest, ne, dass man mal wirklich wieder was machen kann. Ich habe auch richtig gemerkt, weil, ähm, letztens meine beste Freundin geheiratet hatte. Und da konnten wir ja auch offiziellerisch normal ja auch die Hochzeitsfeier und so machen. Da muss ich sagen, da hat man dann erstmal wieder so richtig krass gemerkt. Da man ja nun mal so anderthalb Jahre gar nicht groß feiern konnte, weggehen konnte halt, ne. Weder Clubs noch Bars irgendwas. Da hat man richtig gemerkt, wie sehr eben das eigentlich gefehlt hat. Einmal mal beste Party zu machen, ein bisschen abzuzappeln und so. Alter, das ist schon ein krasses Vieh. Jetzt hat man echt extrem gemerkt. Ich meine Jaguar töten. Da hast du Fieber. Gott sei Dank ist das hier relativ langsam. Dich krieg mal down. Das kannst du wissen. Komm schon. Immer schön den Blutendebuff auf den drauf hämmern. Schön immer den Blutendebuff drauf hier. Da weiß gar nicht mehr wie ihm geschieht. Aua. Okay. Ich bin so nicht weggekommen. Ich habe aber auch keinen Schaum gekriegt. Bäm Junge. So läuft das im Auenland. Erstmal einen Trank reinpfeffern. Herrlich. So läuft das hier. Ah, Stufe Null. Oh, schon wieder knapp 2000. Gesundheit. Ist gut. Ist gut. Ist gut. Es läuft. Komm ran, Junge. Komm ran. Loll. Alter. Ja, euer Tropf springt. Bumm. Ich bin auf dem Wurst schon weg, Sarsche. Was ist los mein kleiner Jakob? Was brummelt denn so? Oh, hm. Oh, ich glaube, du brauchst langsam mal was zu fordern. Das ist ein Speck. Exquisites Fleisch. Mein feiner Herr Jakob ist wohl ein Gourmet. Oh, wir sind leider. Ist gut. So mal weitere zweimaliger Herren. Was kann ich nicht wegrennen? Ja. Stufe aufgestiegen. Yay. Da ist er, die Putze. Das ist schön. Das erfreut mein Herz zutiefst. Hier. Deiner Kumpel. Jaguar. So. Hier tue ich erstmal das Zeug rein. Ganze Schleim. Ganze Schleim. Ganze Schleimsuppensuppe. Äh. Stein. Hier reinmachen. So. So. Ich stehe eigentlich ins. So. Bloß Lanzforsorge. Äh. Du brauchst Fleisch. He. He. Wieso kein Fleisch? Wallah. Was sehe ich jetzt so komisch? Komische Farbe hier. So im Vorbeigehen. So mit der Spitze der Klinge getroffen, zack, tot. Alter. So. Hier hast du schön Fleisch. Ah, so. Das ganze Zeug hier wegnehmen. Dann, ich kann nicht mal bescheißen. Lululululululul. Turmpene Schleimsuppe. Leicht grünliche Schleimsuppe. Klingt eklig. Is es wahrscheinlich auch. ja drüben ein tun so ist denn ja ist denn das ja so eine komische Form jetzt müssen wir wieder zurück tja muss schon den Titel umändern und sagen hallo und herzlich willkommen zum Wandersimulator 2021 Schmeckt Gott, das war glaube ich auch ziemlich langweilig wenn es hier so eine Schnellreise gäbe aber ich habe vorhin schon gesagt was eigentlich echt noch ein bisschen fehlt wären so Boote das wäre eigentlich noch cool wenn ihr noch so ein bisschen Boote hättet das ist nicht so zwei, drei müssen ja keine höchsten Riesenschiffe sein oder so aber dass man da so ein bisschen ganz entspannt so diesen Fluss hier lang schuppern kann wäre cool ich kann ja mal eine Mail an die Entwickler schicken so grüßt euch der Harry hier ja bei Colin X könnt ihr da mal ein paar Boote neid klatschen das wäre ruhig knorke und ich weiß so spricht heutzutage keiner mehr aber egal vielleicht klatschen ist es denn eigentlich schon wieder viertel vier warum vergeht am Wochenende die Zeit genau ein schönes entspanntes Böltchen ein Böltchen Brötchen ähm hoffen geht eigentlich am Wochenende immer die Zeit so übelst schnell in der Woche wenn man arbeiten muss da denkst du du bist in der Zeitschleife gefangen äh es wird langsam Zeit für eine Viertagewoche in Deutschland habe ich jetzt gelesen dass sie jetzt in Island das glaube ich komplett machen dass sie das über mehrere Jahre getestet haben mit was ist ich glaube 3000 Arbeitnehmern oder so und dass es halt ein voller Erfolg war aber ja was Deutschland angeht ich glaube so eine Viertagewoche wenn es überhaupt kommen sollte sowas sind wir glaube ich die aller also mit ähnste allerletzten Länder die sowas überhaupt machen würden weil als Arbeitskraft sind wir nochmal alle ganz schnell ersetzbar ne und da ist es eigentlich bei vielen Firmen nicht bei allen ich will da nicht alle über den Kampffern aber glaube ich bei vielen Firmen denen ist es dann glaube ich doch schon relativ egal ob die Leute übelst motiviert dran gehen oder nicht motiviert Hauptsache die machen ihre Arbeit und Hauptsache auch soweit ordentlich dass es passt das ist halt leider glaube ich ziemlich das Problem deswegen so eine Viertagewoche in Deutschland bin ich nicht davon überzeugt dass das kommen wird guten Tag Herr Kroko falls Sie beim Sonnenbaden nicht stören tut mir leid ganz elegant über das Krokodil gesprochen so kommen wir aus da bei der Narration so sind wir gleich wieder da hier geil geil ja ja verschwinde so rechts lang ihr ihr braucht mir gar nicht hinterher zu rennen ihr habt eh keine Chance ihr rennt nur eurem Tod hinterher das das immer nein daherhast aber fieber oder was das ist ja also ich nehme jetzt waren du jetzt die thematik sechs vier tage woche ich sag mal so bei mir auf arbeit also ich bin halt so ein typ ich sage mir immer arbeitsmäßig also in der firma ob das jetzt nur so der umgang miteinander ist oder ich will jemanden verslaven also im spiel ich will jemanden verslaven also im spiel irgendwie ist es ein suizid simulator für mich ja gut ich will jemanden verslaven also im spiel wenn du das so direkt gleich mit dazu schreibst also im spiel vielleicht ein paar sachen die du mir erzählen möchtest ich war es alles gut ach so gut normal ist doch scheiß versorgen hier so ein liebsten na so ein high level schlaven dir zu schnappen so zu legen zu legen zu legen zu legen so das dieser objekt kann nicht verschoben haben und ne ernsthaft oooohh mit um ok ja ist gut zu wissen ok ich kann das nicht aufnehmen krass level 1 so und der will einfach in dein club beitreten geht aber gar nicht gut greift an schnappi schnappen wir schnappi du musst du treffen du nase ja steine kommen hier holz bla da will der leider in dein club beitreten geht gar nicht dabei tust du den noch bestimmt voll nicht fragen Der beste Sauer, den ich finden konnte, das ist belastend. Das lobe ich dir. So, Kroki. Apropos, du bist doch der Profi schlechthin. Ich war vorhin hier mal ein bisschen unterwegs und da habe ich hier dieses Schlundloch gefunden und solche untoten Hyänen oben waren und hier wie man in das Loch kommt, weiss ich noch nicht so ruhig. Da habe ich zumindest keinen Weg so direkt gefunden und da war oben irgendwie an so einer Stelle so rotes Gas und da kam da was mit von wegen hier, Verderbnis nimmt zu. Was macht denn das mit mir, macht mich das dann wie verrückt oder sterbe ich dann nach einer Zeit? Ja. Ne. Moment. Was? Was? Ja. Äh. Ich sterb da nach einer Zeit. Da war ich noch nicht drinnen. Na gut, ich war ja auch nicht drinnen im Loch. Ähm. Äh. 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 Neh mir geht es eigentlich wie gesagt nur primär um diese äh 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 Verderbnis. Also nach einer gewissen Zeit stoppt man dann daran. Da ist mir jetzt Krokodil. Guck mal, ne wichtige Sachen dabei, was haben das da an jedem, dauerhaft, oh, dauerhaft, okay. Ich krieg's nur mit nem Tänzer weg, okay, alles glaube ich, bescheid, danke. So, Tänzer in den Kopf, der Zeilenkopf, so, kreischt noch näher. Jetzt, so, sonst noch was, mit nem Tänzer, alles klar. Also, wenn man verderbt ist, jetzt ab in den Stripclub, alles klar. Komm, Schnappi. Kannst du ein bisschen schneller rennen? Habe ja nicht den ganzen Tag Zeit, verstehst du? Ich habe Termine, Termine, Termine. Genau, find's gut, dass du diese Aussage mit mir teilst. Wenn man verderbt ist, hält's ab in den Stripclub. Komm, Schnappi. Schnappi. Oh, Gott. Guck mal, Schnappi, dein Bruder. Jetzt ist es ne Handtasche. Ne, nicht schnappi zu halt. Komm, Schnappi. Bewegung. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Komm, Junge. Mensch. Wurde nicht so lang. Kaputt, putt, 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 putt. Ha. Ach, schon wieder. Schau, ne La Costa Antascha. Wahnsinn. du das not dass du da in der luft rumschwebst muss das so oder david copperfield aber das kann man viel danach es ist sicherlich dort oben oder ja ja schnappisch bis jetzt doppeldecker mit dem das manchmal dieses spiel schnapp jetzt kommen ja hierher bei fuß das ist gut lachen ist immer gut leute zum lachen bringen ist immer was schönes naja schnappi sorry schnappi ja du bist irgendwie aus der richtung gekommen wo ich dich nicht erwartet habe zack einfach schwimmen einfach schön ich habe schon auf dem weg gut schnappi das direktor gehen können ich habe ja ein bisschen zeit ne halt stopp da muss ich längst ne halt stopp damals also manche haben orientierung sind wie ihr stück brot ich weiß schon warum ich damals geografie abgewählt habe orientierung sind wie ein toast brot komm schnappi machen fertig ne um den baum drum rum tanzen komm schnappi lass komm schnappi machen komm schnappi in den schams kriegst du noch das hat alles so siehst du geht doch was soll ich immer bitte den bauch grauen ich hatte freu du bist du ich fühl mich gemobbt lass mich raten vom spiel so ich wusste nie wir durften damals wählen also immer mussten ja das war lass mich überlegen ich muss jetzt erstmal in meiner erinnerungsschublade ich glaube achte klasse genau ich glaube in der achten klasse konnten wir dann wählen zwischen geografie und geschichte da ich geografie auch wie gesagt ein ziemliches rindvieh bin und in der achten klasse hat ich glaube geografie eine 2 keine ahnung wie ich das hingekriegt habe habe ich gesagt gut macht geschichte und dann konnten wir glaube ich auch noch wählen zwischen kunst und musik so und da ich was kunst angeht ich sage jetzt mal so ein typischer kerwin sprich ich dann absolut niemal habe ich musik gewählt aber bei meiner absoluten goldkehlchen stimme war das natürlich absolut kein problem und ja ich hatte in kunst dann auch nichts mehr auch wochen aus dem grund ich könnte mich über krisch schön bescheißen da ich wie gesagt malerisch absolut nichts drauf habe also ich bin froh wenn ich ein strich mädel malen kann immer irgendwas mal muss die anheit als was man sagen muss sie hatten halt best nette kunstlehrerin so nehmen wir mal irgendwas und man muss selber hat folge im jahr bald hier so und so oder das und das blablabla oder so ich dann immer ja frau also schon mal eben hießen die ich glaube frau winkler ich glaube ich habe gesagt ja hier ich weiß nicht so richtig das malen soll ich habe keine idee und bla 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 ja kein problem da hat immer hier schon so ein bisschen bild vorgemalt aber auch nicht nur ein bisschen sondern auch ein ordentliches stück dann hat gesagt ja hier dann machst du den rest so und so schaffst du gut okay alles klar so natürlich auch das bild eine bewertung gekriegt naja dann natürlich den teil den sie gemalt hat natürlich picobello perfekt war ne war somit eigentlich eine 3 oder eine 2 immer gut machbar weil die eigentlich dann immer ein großteil gemalt hat und dann ich den rest immer und somit habe ich das irgendwie geschafft in kunst eine 2 zu kriegen ach nee das war in der zeit in schule das waren schon lustige zeiten und hat man auch auch richtig gut zusammengehalten also ne so wie heutzutage manchmal wenn man das glaube so mitkriegt in der schule wo man sobald man ne was ich das neueste handy iphone weiß ich keine ahnung was hat wird man gleich übst ausgegrenzt in der schule und bla 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 das hatten wir ja du cheater also ich würde es nie als cheaten bezeichnen die lehrerin hat das ja freiwillig gemacht sie hätte auch sagen können sie hätte ja nicht was vormalen müssen sie hätte ja auch einfach sagen können ja dann warst du das halt so so und so hätte ich das auch gemacht aber ja tu ich sag mal so wenn die da einfach so anfängt mit losmalen und so weiter und so fort ja du also das schicksal sollte man ja auch fallen also ja die hat es immer auch gerne gemacht so dachte ich auch ich habe ihr damit einen gefallen getan sie konnte ein bisschen zeichnen mir damit gleichzeitig auch ja du selbst wenn sie so gewesen wäre hätte ich wahrscheinlich kunst auch sowieso abgewählt weil wie gesagt ich ich bin an dem zeichnen kacke gebe ich offen zu man kann ja alles gut können ist auch langweilig wenn man alles gut kann komm schnappi mach kaputt so ja genau ich kann ich habe mir schon vor wie ein Hickey so frisch schön so risch schön Eskaliert auf ihrem Stuhl sitzt, ich nehme es jetzt mal, es ist richtig schön eskaliert. Ja, da ist ein Cheater, voll geschummelt im Kunstunterricht, geht der mal gar nicht, Anzeige ist raus. Komm Krogi, du hast gleich geschafft, siehst du, da sind wir schon, Krogi hast du fein gemacht, du kriegst keinen Leckerli, so, zack, 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 ich lieg im Bett an 2 Laptops, 2 Laptops, oh ne, ich lache und bin gechillt, ok, das hört man gern, 2 Laptops, wahrscheinlich noch so richtig schöne, fette High-End Laptops, wo jeder Laptop, das ich, 2.000 Euro kostet, naja, da wissen wir doch, wo das Geld der Welt liegt, alles frei, Brakey, also, es ist eigentlich richtig, wenn ich Brakey sage, oder ok, oder ist das eher so, ein Name, den du nervig findest, lieber Audi, weil die Audi, Audi genannt werden, ne, Audi, Audi, der eine ist für Schule, der andere zum, also, ok, für Schule, ok, so, ähm, so, ähm, so, ich kann überlegen, so, Fachoberschulen mäßig, oder was, oder halt so, 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 äh, studiumsmäßig, und, äh, äh, also, ok, breakig stimmt schon, das ist gut, so, jetzt müssen wir ja eigentlich noch irgendwie ein Dach hier draufzimmern, alter habe ich mich gerade erschrocken, dass die Fackel kaputt gegangen ist, ey, ein Herz, wenn du laberisch viel, so, alles gut, finde ich persönlich jetzt nicht so schlimm, muss natürlich auch nicht auf jede Frage, nicht auf jede Frage antworten, wenn du die willst, logischerweise, ne, aber, finde ich, laber es jetzt nicht so, so viel, oder zu viel besser gesagt, also, mich stört das definitiv nicht, weil, weil, ja, ich gestern Abend auch schon, oder heute früh besser gesagt, im Stream gesagt, auch zu, äh, zwei anderen, weil ich ja geschrieben habe, ja, wenn wir zu viel schreiben, sag Bescheid, habe ich auch gesagt, dass, im Stream ist mir das lieber so, dass man halt ein bisschen Interaktion hat, und auch, äh, im Chat halt auch ein bisschen was geschrieben wird, also, wie das da Stimmung, wie auf dem Friedhof ist, ne, ähm, weil, ich hatte auch gestern schon gesagt, ich mache ja auch YouTube-Videos, also, ich mache auch gerne halt auch wirklich so YouTube-Offnahmen, ich habe wirklich gerne so Aufnahme-Sessions machen und so, ich habe schon gesagt, so, das Streaming auf Twitch ist, ähm, noch einmal logischerweise ein ganz anderes Feeling, weil es ja live ist, und du hast aber auch, ähm, ja, direkt ein Feedback von den Leuten, die dir ja zuschauen, was du ja nun mal bei einer YouTube-Aufnahme nicht hast, da tust du ja wirklich im Endeffekt, kannst du sagen, die ganze Zeit ja mit dir selber reden, um es mal so zu, ne, da hast du ja nicht direkt ein Feedback, und, beziehungsweise kannst du ja vieles, wenn da jetzt, wie ja jetzt, ne, du weißt ja eigentlich immer, fast alles hier im Spiel ja eine Antwort, dass wenn ihnen ja irgendwo was unklar ist, dass man gleich eine Frage stellen kann, insofern die Leute im Chat das ja beantworten können, eben das halt auch beantworten, das ist ja dann auch irgendwo für den, für den Spielfluss irgendwo besser, weil so muss man, sag ich mal, jetzt, ähm, ne, wie bei einer YouTube-Aufnahme, wenn man jetzt irgendwo einfach nie weiterkommt, oder irgendwas nie wehs, halt, dass man da nicht, äh, unterbrechen muss, und, ähm, halt Dr. Google fragen muss, sondern, wie gesagt, halt eben die Leute im Chat bei Twitch, ne, deswegen, hab ich jetzt auch wieder vor, eben, durch diese lange Pause definitiv, wieder mehr zu streamen, also, wie gesagt, auch einfach nochmal sein, gegenüber YouTube-Videos, einfach nochmal so ein, ganz, eigenes, ähm, Feeling hat, ne, genau, so, genug gelabert, weiter geht's, ich war noch eins, so, drei, vier, so, so, ich kenne natürlich auch, wir machen erstmal hier die Hütte soweit fertig, ähm, Holz hab ich, so, 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 ausseiten so ist überlege ich sage ich noch eine treppe machen ich denke mal ich werde es so machen wir den ganzen werkbänken und alles sie nehmen auf die platz ein ich überlege wie ist deine meinung hier unten die ganzen werkbänke machen also sprich sozusagen hier unten die werkstatt beziehungsweise die fertigung und dann halt zweite etage lager oder lieber erste etage lager und zweite etage fertigung weil theoretisch wenn ich etwas fertigen will müsste ich ja erst ins lager gehen das zeug holen damit ich dann ja an der jeweiligen werkbank was fertigen kann fragezeichen das fragezeichen verwirrt mich und das fragez mich und das fragez mich Reicht das hier? Ja. Achso, die reichen. Oh ja, doch, es reicht. Jawoll. Nice. Das ist ja nicht mehr so, was ich gehört, unten. Und zweites Stockwerk. Einen extra Raum für Loot. Achso, die kann man übereinander stapeln, okay. Okay, 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 gut, gut, gut. Danke, danke, danke. Alles klar, gut. Abscha. Hä, wo war das so gut? Bestimmt wegen der Stabilität. Ah, war schon noch ein bisschen mehr hier. Ja. Äh, wäh. Und zwar nicht so gut. Okay. Ich flech dann die Kicke noch mal. Was ist das? Nee, ich will dich. Nee. Echt jetzt? Na gut, nee, so genau. Weil zwar eher, ich dachte, dass er an der Ecke vielleicht auch Connecten auch gut so ist. So ist auch okay für mich. So ist auch fein. Ach, siehste, ich hab doch so ne. Ach nee, das war Panther. Verdammt. Verdammt. So, du brauchst dieses totemische Futter. So, dann machen wir noch Stein, Stein, Stein. Stein, Stein, Stein. Und Holz, Stein, Stein, Stein und Holz. So. Gleich schon wieder um vier. Morgen schon wieder arbeiten. Ach. Es wäre so einfach, wenn man Millionär wäre. Millionär sein, das wärs. Komm, mach schnell, die Axt fährt schier, Junge. Ja. Genau. Auf und auf. Oder machen wir auch ein paar Fenster. Da macht man offen. Ja, da machen wir auch ein paar Fenster. Ja, da machen wir auch ein paar Fenster-Dinger. Oh, so Zehner. So. Was schlürfen. Was futtern. So. Hier ein Fenster. Auch mal hier ein Fenster. Da ein Fenster. Da. Dort. Könnten wir in der Ohre rausgucken können. Könnten wir in der Ohre auch rausgucken können. Die Mitte müsste hier sein. Genau. Da. 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 Dann mach ich hier nur. Zwölf und den. Da. Gut. Bringen wir zwar jetzt gerade nicht so hier aber. Egal. Gut. Die Wände reichen sogar. So. Oder. Jo. Reichen. Geil. Es läuft. Das Häuserbau. Ei ei ei. So. Geil. Was brauchen wir. Ja. Ganze Werkbank. So. Okay. Treibgut Markise. Gute alter Markise. Große Droh. Okay. Ziege. Ziege. Ein Gerber Tisch. Den brauchen wir. Dann bauen wir den nochmal. Das ist die Frage, tue ich das auch noch aufteilen. So, zack. Hier so ins Eckchen. Zack, hälft, passt, wackelt, hat Luft. Stein, I need stone, I need stone for the throne. So, mach's mal. Siehst du, wie kostet denn, babababa, ist der normale Ofen, verbesserte Ofen, brauche ich Ziegel und Eisenbaum. Die hab ich ja eigentlich. Ziegel. So. Ich stelle ich zwei her. Ja. Die würde ich dann nämlich hier vorne hin bauen. Dann nehme ich hier direkt zwei hintereinander. Äh, in Donnando. Nee, in Nando. Oh. Okay. Toch relativ groß. So. Gut, jetzt hab ich zwar nicht mehr so viel. Höhe hoch. Ja, so. Zack. Oh, jetzt sind wir auf gleicher Höhe. Ja, gut, nicht perfekt, aber es reicht erst mal. So. So, nochmal komm, nee, nee, nee. Schmelzerkursmeister. Smutsmeister. Neckenderer Fleischer. Präzisionsgermal. Dank ein Schmied. Pflanzen basierte Gerberei. So, es hat doch nur so verschiedene Merkmalen eines Schmieds, die die Herstellungskosten schon mal Becken schleunigt. So, die haben noch mal gewisse, gewisse. Okay. Gut, also muss ich doch erst mal. Hier verbesserte Werkbanken eines Schmieds. Brauche ich Siege-Eisen-Verstärkung. Okay, ich darf erst mal die normalen Sachen machen. So, zack. Brauchen wir noch. Esther. Gut. So, haben wir auch ein bisschen Stein. Brauchen wir auch ein bisschen Ziegel. Zack. So. Oh, schon einen kompletten Stein abbauen. So geht's nie. Oh, es geht ein Stückchen. Ein Stückchen schneller. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir heute viele geschafft. Mach jetzt für heute. Jetzt erst mal Schluss machen. Genau. Hat heute auf alle Fälle wieder so viel Fun gemacht. Hat mich gefreut, Brakey, dass du heute wieder so fleißig mit dabei warst. Immer wieder gerne. Und ich denke mal werde ich sicherlich die Woche mal über Discords mal anschreiben. Und genau. Dann wünsche ich dir noch einen schönen entspannten Restsonntag. Und ja. Wir lesen, hören und sehen uns würde ich sagen. Dann mach's gut und haust rein. Ciao, ciao.